SWR 1, Leute, die junge Generation, die hat's gut. Was wir uns alle mühevoll erarbeiten müssen, Smartphone, Internet, Tablet, Facebook, die können das einfach. Die haben's drauf, sind damit aufgewachsen. Und einer, der die digitale Welt besonders gut beherrscht, ist der 18-jährige Philipp Riederle aus Burgau. Burgau zwischen Ulm und München. Guten Morgen, Herr Riederle. Schönen guten Morgen. Sie erklären großen Unternehmen, wie Ihre Generation tickt und haben gerade erst Abitur gemacht. Wie ist denn das Abi gelaufen? Ich bin mit mir sehr zufrieden gewesen. Ich habe letztendlich 1,9 auf meinem Zeugnis stehen gehabt. Und ich denke, da kann ich zufrieden damit sein. Das ist ein guter Schnitt. Die Leistung ist klasse. Nebenbei haben Sie sich bei aller Abi-Vorbereitung und Abi-Stress selbstständig gemacht. Oder vielleicht auch schon ein bisschen eher selbstständig gemacht. Und beraten, wie angedeutet, große Firmen. Was wollen die denn von Ihnen? Die Firmen sind auf mich zugekommen, nachdem ich meinen Podcast gestartet hatte, wo ich irgendwie als 13-Jähriger irgendwann mehrere Tausend, irgendwann hunderttausend Leute erreicht habe. Die sind dann auf mich zugekommen und haben mich gefragt, wie schaffst du es eigentlich, als 13-, 14-jähriger Junge aus deinem Kinderzimmer, so viele Leute zu erreichen? Und warum schaffen es wir nicht, im Internet, in den sozialen Netzwerken, so viele Menschen zu erreichen? Und so kam dann irgendwann der erste Anruf. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann kamen immer wieder Anrufe und E-Mails. Und irgendwann hat sich da so diese kleine Beratungsfirma oder auch Selbstständigkeit daraus ergeben. Wo kommen Sie gerade her? Sie kommen ja nicht aus Burgau hier zu uns nach Stuttgart, sondern aus Meran. Was haben Sie da gemacht? Tatsächlich, ich komme gerade aus Meran. Zwischenzeitlich war ich kurz zu Hause in Burgau, habe noch mit einer Verwandten ihren Geburtstag gefeiert. Und in Meran, dort habe ich einen Vortrag gehalten. Das ging an die Vorstände der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken. Und da ging es eben genau um dieses Thema der jungen Generation. Wie ticken wir? Wie denken wir? Wollen wir überhaupt noch in eine Bank gehen? Wollen wir mit Bankberatern von denen uns beraten lassen? Oder googeln wir uns alles selber zusammen? Über diese Themen habe ich mit denen dort gesprochen. Und waren die überrascht über das, was sie gesagt haben? Die kennen natürlich selber schon Statistiken, Unterhebungen, die irgendwie in der Volks- und Raiffeisenbankenverband gemacht werden. Aber was mir immer ganz wichtig ist, wenn ich mit solchen Leuten zusammenkomme, eben nicht nur einzelne Zahlen zu betrachten, eben nicht nur zu sehen, es gibt jetzt Facebook und Google und Wikipedia, sondern mal so gesamtheitlich einen Blick drauf zu werfen, dass es jetzt die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten gibt, dass sich vielleicht in den Werten der Generation etwas verändert hat, weil sich ja irgendwie die Werte einer Gesellschaft immer wandeln. Und mir anschauen, was sagen die Jugendstudien über uns? Und dann natürlich irgendwie halt noch gemischt mit dem, was ich selber erlebe und was ich mit meinen Gleichaltigen zusammen erlebe. Und damit schaue ich dann halt, dass ich ein recht breit gefasstes Bild über eine Generation abliefern kann, damit man das nachvollziehen kann, was diese einzelnen Zahlen vielleicht sagen. Und was Sie so in Vorträgen verbreiten oder auch in Gesprächen vermitteln, haben Sie auch als Buch zusammengefasst, wer wir sind und was wir wollen. Ein Digital Native erklärt seine Generation. Für wen ist das Buch? Für solche wie mich? Also so die Digitalblinden? Das Buch richtet sich in erster Linie an die Generation der Digital Immigrants, also der digitalen Immigranten, also derjenigen, die nicht schon immer mit dem Selbstverständnis der Nutzung der digitalen Medien aufgewachsen sind, die sich jetzt langsam damit beginnen zu beschäftigen oder eben einfach für die klassischen Mütter, die sich jetzt auch mal einen Facebook-Account geholt haben, um zu sehen, was macht der Sohn da eigentlich den ganzen Tag? Mit 13 haben Sie einen ersten Videopodcast veröffentlicht. Worum ging es da? In meinem Podcast Mein iPhone und ich, da ging es um das Thema iPhone, so vom Auspacken irgendwie zur Freischaltung, weil das musste man damals ja hacken, dass es hier in Deutschland funktioniert hat. Damals 2007, als es das noch nicht offiziell hier in Deutschland gab. Und dann habe ich gezeigt, was man damit denn so im Alltag machen kann, welche Apps es dafür gibt. Ihre Oma hat das aus Amerika mitgebracht. Ja, richtig, richtig. Ich habe da mit 13 auch lange auf meine Eltern einquatschen müssen, dass ich mir irgendwie von meinem Taschengeld so ein iPhone mitbringen lassen durfte. Aber das hat meine Oma dann mitgebracht und dann habe ich das hier in Deutschland freigeschaltet und ins Netz gestellt, wie das geht. Und woher wussten Sie, wie das geht? Also Sie mussten es ja auch erst mal wissen. Ja, man muss dazu sagen, ich war schon immer wahnsinnig technikbegeistet. Ich habe irgendwie mit zwei oder drei Jahren das erste Mal in Mikrofone reingesprochen und Kopfhörer aufgehabt oder mit sechs oder sieben habe ich das erste Mal an Computern rumgeschraubt. Und dann habe ich halt lang recherchiert, lang rumgetan, lang im Internet gesucht, auf englischen Zeiten, auf schlecht qualitativen Videos und irgendwie habe ich das dann halt rausgefunden, wie das funktioniert, dass man das iPhone freischaltet. Und dann dachte ich mir, vielleicht interessiert es ja auch noch jemanden anderen, außer mich, wie das funktioniert. Da habe ich mich vor die Kamera gesetzt, das ins Internet gestellt und mir gedacht, vielleicht erreichst du zwei, drei Leute damit. Und dann hätte mich das glücklich gemacht. Und wie haben diese zwei, drei Leute Sie gefunden? Indem die gegoogelt haben und gesagt, mein iPhone oder iPhone eingegeben als Suchbegriff oder wie wurden Sie entdeckt? Das hat sich scheinbar irgendwie rumgesprochen. Man hat mich weiterempfohlen und wie ich die erste Ausgabe reingestellt habe, da war ich total überwältigt, dass es nicht nur zwei, drei, sondern bei der ersten Ausgabe 500 Leute waren, die zugeschaut hatten. Und es wurden ja dann immer mehr. Dann war irgendwann auch die Presse aufmerksam geworden, die dann getitelt hat, 13-Jähriger ist Apples virale Werbekampagne. Was ich dann recht bald aufklären konnte, dass ich das ja nur irgendwie aus Jux und Tollerei mache. Aber so ist es dann weitergegangen mit dem Podcast. Und wie viele Ausgaben gibt es inzwischen von dem? Inzwischen gibt es knapp 160 Ausgaben. Die Ausgaben, ich bin da im Internet im Gegensatz irgendwie zum Fernsehen ganz frei, wie lang die sind. Die eine Ausgabe, wenn es Thema nicht so viel hergibt, sind halt drei Minuten. Und dann gibt es auch Ausgaben, die ein Thema intensiver behandeln. Das ist dann halt mal eine Dreiviertelstunde lang. Die letzte Ausgabe war jetzt irgendwie im vergangenen Herbst. Was war da das Thema? Im letzten September habe ich das neue iPhone 5 auf Herz und Nieren getestet. Das ist ja das, was meine Zuschauer an dem Podcast so schätzen. Die wissen, dass ich da irgendwie als Mensch wie Sie genauso da irgendwie vor der Kamera sitze und das teste und auch sage, was mir nicht passt. Und das habe ich da irgendwie eine Dreiviertelstunde lang auseinandergenommen, das iPhone. Und das war im September 2012. Und jetzt seitdem nichts mehr. Warum? Ja, seit September 2012 war ich dann in der 12. Klasse. Das heißt, es war die Abiturvorbereitung zu tun. Dann war September 2012 auch gerade so diese heiße Zeit, um die letzten Zeiten des Buchmanuskripts abzugeben. Und nebenher hatte ich ja auch neben der Schule noch den ein oder anderen Beratungs- oder Vortragsauftrag. Und so einen Podcast zu produzieren, weil ich mache das ja von der Recherche bis zum Schneiden, komplett alles selber, dauert halt mal bei mir durchschnittlich so zwischen 8 und 14 Stunden. und da hatte ich dann irgendwie im letzten halben, dreiviertel Jahr nicht mehr die Ruhe und die Zeit, mich da dran zu setzen. Kann man nachvollziehen. Philipp Riederle hat gerade Abitur gemacht und er steht schon voll im Berufsleben als Referent und Unternehmensberater. Große Firmen verpflichten ihn, damit er ihnen erklärt, wie sie junge Leute für ihre Produkte begeistern können. Herr Riederle, um was geht es denn da konkret? Sagen Sie mal ein Beispiel. Also wenn ich mit den Unternehmen spreche, dann geht es einerseits natürlich auch darum, wie erreicht man die junge Generation als Kunden? Wie kann man irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung so gestalten, dass es für die junge Generation Sinn macht, dass man die braucht? Aber andererseits geht es auch darum, wie kann man die junge Generation heutzutage überhaupt noch erreichen, damit sie für ein Unternehmen tätig wird, dass sie die Ausbildung da in dem Unternehmen machen will. Es gibt ja ganz neue Zahlen. Heute Morgen habe ich es in der Zeitung gelesen, dass gerade die Zahl, die große Zahl der Ausbildungsplätze momentan immer mehr unbelegt bleibt. Heißt, die Unternehmen haben momentan und auch gerade dieser Schlagwort des Fachkräftemangels ist ja in aller Munde, die haben momentan das Problem, dass die jungen Leute irgendwie nicht mehr zu ihnen kommen. Und darüber spreche ich mit ihnen. Sagen Sie mal ein Beispiel. Bei welcher Firma waren Sie und was haben Sie mit denen besprochen? Bei meinen Unternehmenskunden, da ist es so, die wollen natürlich nicht, dass irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Sie werden von einem 17- oder 18-Jährigen beraten. Das heißt irgendwie, wenn ich mit denen zusammenarbeite, dann gibt es da so Verschwiegenheitserklärungen, wie das bei denen heißt. Aber ich kann trotzdem irgendwie namenslose Beispiele geben. Also da gibt es eben die so Telekommunikationsunternehmen, die einfach mal mit mir zusammenarbeiten und fragen, wollen Jugendliche überhaupt noch telefonieren? Wollen die, was machen die eigentlich? Wie kann man die erreichen? Was wollen die? In welchem Gesamtpaket muss man es anbieten? Zuletzt habe ich ganz viel mit der Finanzbranche gearbeitet für einen österreichischen Verband, der ganzen dort Banken und Versicherungen, habe ich eine Studie erheben dürfen. Da habe ich dann irgendwie mit tausend Jugendlichen gesprochen oder den Umfrageformular zukommen lassen, um einfach mal zu sehen, was will die junge Generation beim Thema Finanzdienstleistungen und Versicherungen. Wollen die noch zu einem Bankberater gehen? Wollen die überhaupt noch irgendwo Geld abgeben oder machen die alles mit ihrem Handy und ihrem Smartphone? Ja, wollen das junge Leute? Man hat gesehen, dass, und das war für auch die Leute da aus dieser Branche sehr erschreckend, man hat gesehen, dass etwa 80 Prozent in einer dieser Fragen angegeben hat, diese ganzen Produkte in der Finanzbranche sind für mich so unverständlich, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Lediglich 15 Prozent haben gesagt, dass sie das gut verstehen und 5 Prozent haben sich irgendwie damit noch nicht richtig auseinandergesetzt. Das ist zum Beispiel eine Zahl aus dieser Erhebung, die ich mit denen besprochen habe. Wie ist denn das, wenn Sie so als 17, als 18-Jähriger in so eine Riesenfirma kommen mit so einem Oberboss der Telekom oder weiß nicht wem sprechen, was für ein Gefühl ist das? Kriegt man da Angst, wenn man da neben so einem seriösen Mann Mitte 50 da plötzlich verhandeln muss? Wie ich das erste Mal in so ein Unternehmen gegangen bin, das war ja mit 15 gewesen, das war damals bei der Deutschen Telekom, das war die erste Firma, mit der ich zusammengearbeitet habe, da habe ich den Fehler gemacht oder auch das Glück gehabt, dass ich vorher nicht geschaut habe, wer sitzt jetzt eigentlich mit mir am Tisch. So konnte ich eigentlich relativ unverblümt dahin gehen. Ich habe natürlich einen großen Respekt gehabt, weil da waren diese ganzen Pinguine in den Anzügen gesessen. Pinguine, okay. Diese ganzen Anzugträger waren eben dort und mit denen habe ich halt gesprochen und ich habe natürlich einen großen Respekt gehabt, aber ich habe denen halt erzählt, was ich denke und was ich wusste und das haben die gar nicht angenommen. Und dadurch, dass ich das jetzt ja schon drei, vier Jahre mache, habe ich mich irgendwie schon ein bisschen dran gewöhnt, so mit diesen Anzugträgern zu sprechen. Was mich jetzt wundert, diese Anzugträger, das sind ja vielleicht auch Papas, die Söhne haben in ihrem Alter. Wieso fragen die nicht ihre Kinder? Von denen bekomme ich ganz oft das Feedback, juhu, jetzt habe ich nicht nur irgendwie was für die Firma gelernt, sondern jetzt habe ich auch ein ganzes Stück weit meine eigenen Kinder besser verstanden. Und die frage ich dann natürlich auch, warum haben sie denn nicht mal selber nachgefragt? Und die sagen, ich habe ja nachgefragt. Aber wenn mir das eine Mal so verständlich erklärt hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich auch schon vorher verstanden gehabt. E-Mails checken, kurz mal bei Facebook vorbeischauen, das ist für viele Menschen Tagesroutine. Dennoch fragt man sich manchmal, ob es wirklich so brennend interessant ist, zu erzählen, dass man gerade sich eine Tasse Kaffee eingeschenkt hat. Philipp Riederle ist Blogger, Unternehmensberater, Buchautor. Er sagt, wie die junge Generation tickt. Wie gehen Sie denn mit Facebook um? Was schreiben Sie da so rein? Ich habe bei mir persönlich gemerkt, dass sich so mein Nutzungsverhalten in den letzten drei Jahren komplett geändert hat. Anfangs war halt Facebook so die lustige kleine Plattform, wo ich mit dem einen oder anderen guten Freund befreundet war. Das heißt, da habe ich dann auch gerne mal ein Urlaubsfoto oder eine aktuelle Gemütslage von mir gegeben und reingeschrieben. Aber mit den mehr Leuten, die sich angemeldet haben, kamen dann auch irgendwie immer mehr Freunde dazu. Der durchschnittliche Jugendliche hat momentan etwa 500 Facebook-Freunde. Und ich meine, diese 500 Facebook-Freunde sind natürlich keine Freunde zum Pferdestehlen, sondern es sind halt irgendwie Bekannte und Freunde von Freunden. Und also eine große Zielgruppe, die ja eigentlich nicht unbedingt angeht, wie es mir momentan in meinem tiefsten Inneren geht oder wo ich im Urlaub bin. Das heißt, ich habe bei mir gesehen, ich schreibe da nur noch das rein, was ich auch auf dem Marktplatz laut von mir geben würde und dort ausschreien würde. Und genau dasselbe habe ich auch bei vielen meiner Gleichaltrigen gesehen. Und das sagt auch die Statistik. Man sieht nämlich, dass momentan dieser Nutzungshype von den sozialen Netzwerken, von der öffentlichen Publikation dort momentan wieder am Abklingen ist, seit Ende letzten Jahres. Wie es ja übrigens bei jeder technischen Neuerung von der Dampfmaschine, der Waschmaschine oder dem Fernsehen immer so war, dass es anfangs übermäßig genutzt worden ist. Und dann, nachdem man sich ein paar Jahre dran gewöhnt hat, benutzt man es halt in einem sinnvollen Maße, wie es Sinn macht. Also die öffentliche Kommunikation auf Facebook. Was ich allerdings auch sehe, ist, dass sich die Kommunikation der intimeren Details, dem Austausch von Gemütslagen oder Verabredungen, der verlagert sich nicht von Facebook weg, sondern findet eben vermehrt, weil man eben weiß, sonst bekommt es viel zu viele Leute mit, sondern der verlagert sich eben in geschlossene Gruppen, in private Nachrichten oder eben in diese Instant-Messenger. Also zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen, wo man dann irgendwie zu zwölf halt austauscht. Wann habe ich wieder Zeit, um uns am See zu treffen? WhatsApp ist auch noch ein gutes Stichwort. Da habe ich immer gedacht und mir wurde das gesagt, WhatsApp ist blöd, die spionieren dich aus. WhatsApp stand in der Kritik wegen fehlender Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards. Und momentan in der Presse sieht man es ja jeden Tag, jede Stunde, dieser Ausspitzelungsskandal von der NSA und vom Whistleblower Edward Snowden. Ja, da ist eben hochgekommen, dass mitgelesen und mitgehört werden kann. Aber es ist sowieso die Frage, welche Informationen gebe ich denn über das Internet, über die Kommunikationsformen weiter, über was tausche ich mich aus? Und dann ist natürlich auch zu sehen, wir sind sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Jeder tauscht sich aus, oder zumindest der Großteil, der den Zugang zu diesen Kommunikationsmöglichkeiten hat. Also ein großer Teil tauscht sich aus. Es wird so viel geschrieben und hin und her Informationen übermittelt. Das heißt, es gibt ja überhaupt nicht die Kapazitäten, um so wahnsinnig viele Nachrichten da irgendwie auszuwerten. Das heißt, der normale Mensch braucht da, glaube ich, keine allzu große Angst haben, dass irgendwann der Geheimdienst vor der Tür steht und ihn überwacht, wie man mit dem Hund Kasse geht. Es ist ja nicht unbedingt nur der Geheimdienst. Es kann ja auch sein, dass man plötzlich Werbung kriegt, die man gar nicht will. Oder dass die Freunde die Adressen requiriert werden und dass die auch angesprochen werden von Firmen. Und vielleicht will man das ja verhindern. Ja, das ist ein anderes Thema. Also neben dem Bespitzelungsskandal von Startseite gibt es ja auf der technischen Seite die Möglichkeiten, dass man die Benutzer tracken kann. Also was sie sich anschauen, auf welchen Internetseiten sie waren, für was sie sich interessieren. Damit man irgendwie auch gezielt Werbung für Stöckelschuhe immer überall im Internet bekommt, wenn man einmal auf einer Schuhseite gewesen war. Ja, das wird betrieben, das wird effektiv betrieben. Das kann man auch verhindern, wenn man seinen Browser richtig einstellt, sehe ich persönlich momentan allerdings als noch nicht sonderlich riskant. Weil solange da irgendwie personalisierte Werbung angezeigt wird, ist das kein Problem. Wenn das dann allerdings einen Schritt weiter geht, dass gesagt wird, dass ausgewertet wird, dass dann mit meiner Identität, mit meiner Person das in Verbindung gebracht wird. Und dann, weil ich mal gepostet habe, dass ich beim Klippenspringen war, ich deswegen keinen Krankenversicherungstarif mehr bekomme. Dann wird das Ganze extrem brisant. Aber so weit sind wir momentan noch nicht. Und da brauchen wir uns momentan in Deutschland ja auch keine allzu großen Sorgen machen. Denn wir haben ja hier die besten Gesetze und Rechte, was das Thema Datensicherheit angeht. Typisches Abendritual für Erwachsene um 20 Uhr. Tagesschau gucken und sonntags vielleicht im Anschluss, wenn er denn läuft, den Tatort gucken. Genau. Sie würden sich aber niemals dazusetzen, oder? Beim Tatort, der hat so eine kleine Sonderrolle. Weil da setze ich mich dann doch das ein oder andere Mal ausnahmsweise doch vor den Fernseher. Weil beim Tatort, da hat sich scheinbar so als Ritual ergeben, dass auf Twitter und auf Facebook, dass die ganzen Leute irgendwie parallel gucken und dann über die digitalen Medien mitgefiebert wird, wie es denn weitergeht. Oder wer denn der Mörder sein könnte? Wobei ich wiederum schon festgestellt habe, wenn ich das auf Twitter und Facebook verfolge, dann muss ich den Tatort gar nicht mehr gucken. Ich kann trotzdem am nächsten Tag mitreden. Dann kann man mitreden. Und man kriegt auch vom Tatort weniger mit, wenn man da irgendwie parallel mitliest. Aber der Tatort hat da eben im Sinne eines Events eine Sonderrolle, was das Fernsehen angeht. Weil wenn man so die durchschnittlichen Alterszahlen bei den Fernsehsendern anschaut, da sind die irgendwie alle jenseits der 60, also das Durchschnittsalter der Zuschauer, der öffentlich-rechtlichen Kanäle. Und gerade bei der jungen Generation, da wird ja auch extra immer die Quote erhoben, wie viel von der jungen Zielgruppe man erreicht hat. Da kann man ja sehen, irgendwie die schauen kaum noch Fernsehen. Nicht mal wetten das. Da hat man ja auch versucht, dass junge Leute dafür... Nicht mal wetten das. Sie auch nicht. Ich auch nicht. Warum? Warum ist das so? Warum gucken junge Leute keinen Fernsehen mehr? Das mag vielleicht zwei Gründe haben. Einerseits sind wir als Generation, ja seit wir denken können, schon immer darauf trainiert, ganz genau zu sehen, was ist für uns eigentlich relevant. Weil wir sind ja schon immer, seit wir denken können, in der Welt aufgewachsen, wo wir mehrere hundert Fernsehsender im Satellitenfernsehen haben, mehrere tausende Millionen Websites, mehrere tausend Blogs, mehrere Milliarden Facebook-Accounts, mit denen wir uns anfreunden könnten. Das heißt, es gibt für uns eine wahnsinnige Vielfalt an Informationsmöglichkeiten. Und wir mussten schon immer sehen, was ist für uns relevant, und mit was beschäftige ich mich? Und mit diesem Grundgedanken, mit dieser Geisteshaltung fällt eben scheinbar die Inhalte des klassischen Fernsehens das ein oder andere Mal bei uns durchs Raster. Und andererseits, wo wir es schon immer gewohnt waren, Informationen dann auf Knopfdruck über digitale Kanäle zu bekommen, ist es für uns halt auch irgendwie schwierig, uns zu einer festen Uhrzeit vor den Fernsehs zu setzen, dann, wann das Programm es vorschreibt, dass wir schauen müssen. Aber ist es nicht so, dass auch junge Leute sich mal entspannen wollen und sich vor die Glotze knallen und Trash-Fernsehen und irgendwelchen Unsinn im Privatfernsehen gucken? Definitiv und unbedingt. Aber dann... Weil sie so ernsthaft klingen. Nee, definitiv und unbedingt. Also ich meine, ich selber kenne das ja irgendwie nach einem anstrengenden Tag irgendwie mal was anschauen, was eben nicht so geistig hochwertig ist. Das mache ich dann aber selten vor dem klassischen Fernseher, sondern ich weiß, was ich sehen will. Und das rufe ich mir dann halt über ein digitales Medium ab. Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass ich oder meine Generation, dass wir uns verschränken vor den Inhalten, die da bereitgestellt werden. Ich meine, da muss man auch eine Lanze brechen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die jetzt ja inzwischen auch online so vertreten sind, dass man da den Großteil abrufen kann. Die Inhalte sind großartig und die schaue ich auch sehr gerne dann über iPhone, iPad oder den Rechner. Nur eben zu der gewissen Zeit oder auch gern mal nachts, weil da laufen ja bekanntlich eben die Beiträge, die von hoher Qualität, aber eben nur für eine geringere Zielgruppe interessant sind. Mich vor den Fernseher zu setzen, ist halt nicht so angenehm. Deswegen eher dann, wann es für mich passt. Also zeitlich nicht eingeschränkt. Und wie ist es mit Radio hören? Jetzt passen Sie gut auf, was Sie sagen. Sie wissen, wo Sie sitzen. Ich sitze hier im Radiostudio. Ja, ja. Ich höre ganz, ganz viel Musik über den MP3-Player, übers Handy. Ich höre ganz vereinzelt Radio und das ist in genau zwei Situationen. Erstens, wenn der MP3-Player Akku leer ist und zweitens morgens beim Duschen, wenn ich noch zu verschlafen bin, um die richtige Wiedergabeliste auszuwählen. Das ist sehr bitter. Das klingt auch für uns so, dass wir aufpassen müssen. Also wenn Sie mal erwachsen sind, werden Sie nicht auch plötzlich Radio hören? Das wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Ich meine, es gibt ja da, was gerade das Musikhören auch über digitale Kanäle angeht, momentan sehr spannende Entwicklungen, dass man nicht mehr Musik besitzen muss, sondern dass man da irgendwie monatlich Geld einzahlt, um auf mehrere Millionen Musiktitel Zugriff zu haben. Es gibt ja eine so große Anzahl von Internetradios, die irgendwie individuelle Musik nach einer speziellen Musikrichtung machen. Da ist die Frage, wie sich das entwickelt und was dann tatsächlich in den nächsten Jahren das Rennen macht. Herr Riederle, welche Rolle spielen denn Smartphone und Tablet heute im Unterricht? Offiziell überhaupt keine. Immer noch verboten? Immer noch verboten, gerade bei uns in Bayern und Baden-Württemberg. Ganz großes offizielles Gesetz in der Schulordnung. Elektronische Geräte und Speichermedien sind im Schulalltag verboten und werden dann abgenommen und konfisziert. Das heißt, hier in Bayern ist das alles ausgeschlossen. Zumindest auf der offiziellen Seite. Wenn ein Lehrer mal auf die Knie gehen würde im Unterricht und unter die Bänke schauen würde, da schaut es dann im einen oder anderen Klassenzimmer vielleicht anders aus. Welche Chance böte es denn, wenn man jetzt Handys, Smartphones einsetzen würde, gezielt im Unterricht? Vielleicht so viel vorneweg. Wenn man jetzt in der aktuellen Lage, wie das Schulsystem heute funktioniert, wie die ganzen Lehrer drauf sind, wie der Stoff vermittelt wird. Wenn man da jetzt sagt, man stellt zwei oder drei Rechner ins Klassenzimmer oder man stattet alle Schüler mit iPhones oder iPads aus, dann hat das denselben Effekt, wie wenn man kostenlos Gummibärchen verteilt. Also im Grunde gar keinen. Außer, dass die vielleicht abgelenkt werden. Also es bringt überhaupt nichts. Sondern ich glaube oder gehe fest davon aus, dass man ein wenig früher damit ansetzen muss. Weil man sagt ja, das heutige Schulsystem ist quasi noch ein Relikt aus dem Mittelalter. Also seit 500 Jahren unverändert. Ein Wechselspiel aus mündlichem, umschriftlichem. ein fortwährendes Pfuschen im Sinne von Abschreiben, wie es auch schon im Mittelalter existent war. Und so große Reformen, dass da mal etwas geändert worden wäre, gab es ja nicht. Der Neurobiologe Professor Hüther sagt immer, es kann ja nicht sein, dass die Kinder an einem Ort, wo sie aufs Leben vorbereitet werden, die Lust am Lernen verlieren. Ich meine, das kann ja tatsächlich nicht sein. Und es gibt ja die Möglichkeit heutzutage, Stoff auf eine andere Art und Weise zu vermitteln. Stoff über andere Kanäle, über andere Möglichkeiten an die Kinder weiterzugeben. Anstatt, dass da ein Lehrer vor einem steht, einer eben von vielen Tausend in Deutschland, der ja vielleicht nicht unbedingt der Beste in seinem Fach ist. Der vielleicht auch nicht der Unterhaltsamste ist. Der vielleicht für einen Teil der Schüler im Klassenzimmer das Ganze zu schnell macht und für den anderen Teil zu langsam. Das heißt, durch die Vernetzung, durch die digitale Kommunikation gibt es ja jetzt die Möglichkeit, dass Kinder sich Stoffinhalte anders aneignen können und dass Lehrer mehr in den Hintergrund treten, wo sie meiner Meinung nach auch eher hingehören, eben nicht mehr als alleiniges Wissensmonopol, sondern eben eher als Learn-Coach agieren, um den Kindern zu helfen, eben in ein Thema reinzukommen, wenn es ihnen schwerfällt, wenn sie damit Probleme haben. Aber das ist ja nicht die Situation heute. Die Situation heute ist, der Lehrer, der vorne steht, ist in der Regel kein Entertainer und sie haben in ihrem Buch geschrieben, sie haben keine einzige Pflichtlektüre bis zum Ende durchgelesen in ihrer Schullaufbahn. Stimmt das wirklich? Wenn man das hier so sagen darf und mir dann nicht mehr das Abitur im Nachhinein entzogen wird, dann kann ich das hier tatsächlich zugeben. Was aber nicht heißt, dass ich in meinem Leben noch nie Goethe, Schiller, Kafka oder Faust oder Precht gelesen habe, sondern ich habe mich vor allem auch beim Schreiben dieses Buchs mit diesen alten Dichtern und Denkern, Nietzsche habe ich zum Beispiel von vorn bis nach hinten gelesen, auseinandergesetzt, weil es mich in dem Zusammenhang, wie ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wahnsinnig interessiert hat. Wie aber im Deutschunterricht ohne Zusammenhang, ohne Zusammenhang zum Beispiel, was ist momentan geschichtlich, politisch abgelaufen, was hat man damals vielleicht forschungsmäßig gerade entdeckt? Wenn ich da irgendwie ohne Zusammenhang hingeknallt bekomme, ihr bestellt euch dieses Buch und lest es bis übermorgen, dann hat das für mich keine Relevanz, dann will ich damit doch nichts zu tun haben. Ich würde vorschlagen, studieren Sie Lehramt und machen Sie es besser. Ich glaube, dann sitze ich an einem zu kurzen Hebel, um die Welt nur in einem Klassenzimmer verbessern zu können. Wer wir sind und was wir wollen, so heißt das Buch, das unser Leute-Gast heute, Philipp Riederle aus Burgau im Bayerisch-Schwaben geschrieben hat. gerade mal 18, Abitur in der Tasche, das richtet sich an meine Generation auch und ich muss Ihnen eins sagen, ich habe mich ein bisschen für blöd verkauft gefühlt, als ich das gelesen habe. Ich habe gelesen und habe gedacht, so bin ich doch gar nicht, wie Sie mich da beschreiben, dass ich keine Ahnung habe von iPhone und Internet und allem. Es ist doch nicht nur die junge Generation, die sich damit auskennt, oder? Für unsere Generation, das vielleicht vorneweg gesagt, für unsere Generation war es ja schon immer selbstverständlich, jederzeit, jeder Ort, jede nur verfügbare Information, theoretisch, uns jederzeit, jeder Ort in Art von Sekunden beschaffen zu können. Für uns war es schon immer selbstverständlich, jederzeit, jeder Ort in Art von Sekunden mit jedem kommunizieren zu können und für uns war es schon immer selbstverständlich, selber die Möglichkeit zu haben, nicht nur, wenn ich in einem Radiofunkhaus sitze, sondern jeder hat die Möglichkeit, Gedanken, Ideen, Fragen in die ganze Welt hinaus zu publizieren. Das war für uns als Generation, als Digital Natives schon immer selbstverständlich. Was nicht bedeutet, dass die alte Generation das nicht auch machen kann. Nur für uns war es eben immer selbstverständlich, für uns ist das Alltag und wir sind damit schon immer aufgewachsen. Warum ich allerdings diesen etwas frechen, den rotzigen Ton in dem Buch gewählt habe, warum ich vielleicht auch diesen knalligen Titel Wer wir sind und was wir wollen gewählt habe, hat einen Grund. Ich habe gesehen, ganz viel Unverständnis bei den Älteren, ein ganz starres Verschränken gegen diese ganzen digitalen Medien, was ja letztes Jahr auch nochmal befeuert worden ist durch die Publikation des Buches von Hirnforscher Spitzer, der ja schreibt, Digitale Medien machen alle blöd. Man erfordert einen Internet- und Computerführerschein, dass man unter 18 Jahren das Zeug nicht mehr benutzen darf. Aber wischen Sie da nicht einfach zu grob drüber. Es gibt in Ihrer Generation Leute, die anders sind als Sie. Sind wir uns einig? Definitiv. Es gibt in meiner Generation Leute, die sehr aufgeschlossen dieser Technik gegenüber sind und sich tierisch freuen, dass sie jederzeit jede Information überall bekommen können. Da bin ich absolut bei Ihnen. Und wenn ich in dem Buch über mich, über uns als Generation schreibe, dann erhebe ich, und das funktioniert ja überhaupt nicht, wenn man über eine Gesellschaft schreibt, überhaupt nicht den Anspruch, dass ich mit allen Dingen, die ich sage, und wo ich mich auch ganz, ganz oft auf Statistiken, auf Studien beziehe, die über uns als Generation erhoben worden sind, erhebe ich ja absolut nicht den Anspruch, für alle, für jeden in voller Gesamtheit sprechen zu können, weil sonst bräuchte man die ganzen Statistiken nicht, weil sonst überall 100% stehen würde. Wo ist denn das Missverständnis zwischen den Generationen aus Ihrer Sicht? Das hat, und so habe ich das ja auch dann behandelt im Buch, das prägt sich ja auf ganz vielen verschiedenen Bereichen aus. Es gibt das Bereich Freunde und Beziehungen, es gibt den Bereich Schule, es gibt den Bereich Arbeitsleben, es gibt den Bereich der Medien und viele mehr. Und das muss man halt für jeden Bereich einzeln durchdeklinieren, wo ist das Missverständnis? Aber vielleicht um ein klassisches Klischee, was mir immer wieder vorgeworfen wird, mit was ich immer wieder konfrontiert würde, vielleicht mal hier zu zeigen, ist, dass ganz viele Eltern sehen bei ihren Kindern, die daddeln den ganzen Tag nur noch an ihrem Handy rum, die gehen gar nicht mehr raus, die haben gar keine echten Freunde mehr, was ist denn das überhaupt noch für ein Leben? Und dann freue ich mich da, auch ganz oft eine Lanze brechen zu können für eben digitale Kommunikation, weil Forschungen und Studien zwischenzeitlich herausgefunden haben, dass wir durch die Nutzung von digitalen Medien in einerseits in den meisten Nutzungsformen hauptsächlich mit Freunden und Bekannten aus dem echten Leben kommunizieren, die zweithäufigste Benutzungsform ist übrigens Informationen abrufen und dass Menschen und Jugendliche, die über die digitale Kommunikation mit ihren Freunden verbunden sind, nachweislich sich öfter treffen, sich mehr im Ehrenamt engagieren, öfter ins Kino, ins Theater gehen, öfter rauskommen. Also kurzum, die digitalen Medien als Kommunikationsinstrument und nicht als Parallelwelt, wie es ja immer oftmals vielleicht falsch aufgefasst wird, als Kommunikationsinstrument ist für uns eher sowas wie Schmiermittel zum Befeuern unserer sozialen Kontakte. Mit 13 den ersten Video-Podcast im Netz, mit 15 die eigene Firma, mit 18 eine Agentin und einen Firmenwagen, Philipp Riederle, ein junger Mann, der es geschafft hat schon in so jungen Jahren. Es kamen etliche Mails von SWR1-Hörern, die auch sehr unterschiedlich reagieren. Die einen sagen, toll, Hut ab, klasse. Die anderen sagen, was für ein Klugschwätzer. Was für ein Gefühl haben Sie dabei, wenn Sie sowas hören? Tut Ihnen das weh? Das Feedback, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit spricht, dann bekommt man das Feedback ja hin und wieder. Aber meine Idee oder meine, warum ich das mache, ist ja nicht, um irgendwen belehren zu wollen, um irgendwie da Geld zu verdienen zu wollen, auch wenn ich davon jetzt selber schon leben kann. Aber es ist ja nicht die Idee dahinter, sondern ich bin da ja reingekommen über den Podcast, dann haben mich zuerst Firmen gefragt und dann das Buch geschrieben habe ich ja, weil ich gesehen habe, ich rede über so viele Sachen in deinen Vorträgen. Jetzt schreibst du das mal dir persönlich nur als Stichpunkte auf, damit du selber das weißt. Und dann dachte ich mir, weil dich so viele Leute immer nach den Vorträgen fragen, weil da so interessierte Fragen kommen, machst du es einem breiteren Publikum zugänglich? Und wenn es die Leute interessiert, ist es meine Idee, Brücken zu bauen, zu vermitteln und in gewisser Weise aufzuklären. Ich möchte niemandem was aufschwätzen oder irgendwen von irgendwas belehren. Schon klar. Und das sind ja auch krasse Beispiele, die wir angesprochen haben. Wir sind uns durchaus einig, dass es in meiner Generation sehr, sehr viele gibt, die aufgeschlossen den neuen Techniken gegenüber sind. Ein Digital Native ist ja nicht unbedingt aus der Generation ab 85, sondern kann auch jemand sein. Aber das waren eben eher die avantgardistischen Vorreiter, die irgendwie in 1960 schon ihren Atari oder Commodore gehabt haben. Aber ab 85 kann man eben sagen, ist es in großen Teilen der Gesellschaft der Fall. Geburtsjahr 85 meinen Sie? Genau, ab Geburtsjahr 85 kann man sagen, dass der Großteil mit eben dieser Selbstverständlichkeit aufgewachsen ist. Was würden Sie sich wünschen, dass Eltern ihren Kindern oder Enkelkindern mitgeben auf diesem Weg oder auch umgekehrt? Die Eltern, die sind ja in der Pflicht, ihre Kinder da bei der Nutzung der digitalen Medien zu begleiten. Und man hört ja aus gewissen Zeiten auch von Hirnforscher Spitzer immer, das verbietet euren Kindern den Zugang. Es ist nur gefährlich. Aber ich sage da ganz laut, Halt! Das ist nämlich der falsche Weg. Weil wenn Kindern etwas verboten wird, Sie haben ja selber Kinder, Sie kennen das, wenn Kindern etwas verboten wird, dann ist das Nummer eins, was man unbedingt bei Freunden, Verwandten, Bekannten oder im Internetcafé machen soll. Man muss lernen, richtig damit umzugehen. Ja, und dort gibt es ja auch Gefahren, denen man dann zum Beispiel woanders schutzlos ausgeliefert werde. Zum Beispiel eine Zahl ist, jeder Neunjährige hat heutzutage schon einen Porno gesehen, zum Beispiel. Und wenn diese Gefahren eben nicht von den Eltern auch aufgeklärt werden, wenn die Eltern nicht das Kind aktiv begleiten und darüber sprechen, dann ist es gefährlich, dieses Medium. Aber dort gibt es eben nichts, was es auch nicht im realen Leben gibt. Das heißt, wenn die Eltern da ein Auge drauf haben und auf ein sinnvolles Nutzungsmaß mit den Kindern plädieren und mit denen darüber sprechen, dann kann eigentlich nichts schief gehen, sondern ich gehe davon aus, dass digitale Medien es schaffen, unsere Lebensqualität heute im 21. Jahrhundert doch enorm zu steigern. Wie wollen Sie weitermachen? Wollen Sie weiter Ihre Vorträge halten oder wollen Sie noch was Richtiges lernen in Anführungszeichen? Ich habe mir jetzt vorgenommen, jetzt nach dem Abitur erst mal mir bewusst ein Jahr zu nehmen, um weiterhin selbstständig zu sein, um mal ein bisschen runter zu kommen und mich mal einfach eine Woche an See zu legen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich muss jetzt doch eigentlich wieder irgendwas für die Schule lernen, für die nächste Klausur oder sowas. Also ein Jahr bewusst nehmen, um mich zu orientieren, um ein bisschen Vorträge zu halten, vielleicht auch das ein oder andere Praktikum mal zu machen. Aber ich habe beim Schreiben des Buchs gemerkt, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, irgendwie intensiver in ein Thema mich reinzugraben. Deswegen habe ich fest, vor 2014 dann auch zu studieren. Und welche Richtung? Aber was es sein wird, das werde ich jetzt in dem einen Jahr erst noch herausfinden müssen. Also Sie schwimmen da noch ein bisschen? Ich schwimme da noch, ja. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020